Rund 11.000 Menschen gelten in Deutschland als vermisst. Täglich erfasst die Polizei bis zu 300 Fahndungen. Das war meine beste Freundin. Wir haben das gebaut. Sie ist einfach weg. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir versuchen jetzt erstmal ganz viele Informationen rauszubekommen. Bleib schnell! Er wollte mich verkaufen. Es wird alles gut. Hier ist die Polizei. Die Ruhrpottwache. Vermissten Fahnder im Einsatz. Ab nächsten Montag um 17.30 Uhr in Sat.1. Oder kostenlos auf Join.